So, mein Lieber, Kolonia, Spezialorten der Stadt Mahl. So, herzlichen Glückwunsch, danke. So, das war der Klaus Gröner vom Heimatverein Kolonia. So, und jetzt kommt das Witzenpaar von längst die Riege. Oh, die hängt doch schon an. Ja, da kann man auch als Dummkruppel jetzt. Wir müssen einfach mal los, und wir feiern uns hier noch, oder? Wer das? Wenn denn meine Kollegin mal kommt, ich bin mein Röhrchen. Frau Iris, Iris Matthäus, wenn Sie doch mal bitte mit unseren Diagentlesen und dem Schnappes kommen würden. Diagentleser bitte. Wir haben noch was selbstgebraut. Aha. Aus dem Labor. Ach, der war heute Morgen kurz hier, der hat so viel. Der ist jetzt die Meisterzeit gekommen. Ja, mal lieber Prinz. Der ist echt. Ja. Ja! Unser Ort habt ihr jetzt noch mal herbekommen. Ja! Jawoll! Danke! Aber wenn wir das gleiche Ort verteilen, dann brauchen wir auch noch mal. Awww! Das ist so gut! Das ist so gut! Ja! Dankeschön! Dankeschön!